Die USA wollen bei einer Konferenz im Dezember über die Waffenproduktion mit der Ukraine beraten. Dazu laden sie zu einem Treffen in Washington ein, an dem Vertreter der US-Regierung und der Ukraine teilnehmen sollen. Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündete der Ukraine. Seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 haben sie militärische Hilfe in Milliardenhöhe für Kiew bereitgestellt oder zugesagt. Die Ukraine versucht gleichzeitig eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen, um von der Abhängigkeit von Waffen- und Munitionslieferungen aus dem Ausland loszukommen. Im Osten und Süden der Ukraine dauern die schweren Kämpfe unterdessen weiter an. Der Ukraine war es in der Region Kherson gelungen, Truppen über den Fluss Dnepro zu bringen. Sie sollen jetzt russische Nachschubwege auskundschaften. Zuverlässige Angaben über die Zahl der Opfer an der Front gibt es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017